Der Mut und Einsatz vom TC Blau-Weiß wird leider nicht belohnt. Gegen den amtierenden deutschen Meister vom TC Bredenei aus Essen hat das Team von Alexander Dersch kaum eine Chance und verliert schließlich mit einem mehr als deutlichen 1 zu 8. Trotzdem bleiben die Mädels positiv. Wir haben uns sehr gut verkauft, es waren auch enge Einzelne dabei. Es war auf jeden Fall was drin, es ging in Champions-Teilbräck, 5-7 war ein Satz. Also man muss sagen, wir haben heute gegen den deutschen Meister gespielt, die sind mit der besten Aufstellung gekommen. Immerhin spielen beim TC Bredenei deutsche Hochkaräter wie Laura Siegemund, Tatjana Maria und Annalena Friesam. Und so kann keine der Berlinerinnen ihre Einzelpartie für sich entscheiden. Am nächsten dran an einem Sieg und die einzige, die in ihrem Match überhaupt einen Satz gewinnen konnte, ist Tiziana Marie Schaumburg. Trotz ihrer 7 zu 4 Führung im Match-Tiebreak gegen Indy de Vrom, musste sie schließlich mit 8 zu 10 geschlagen geben. Dann hat sie danach noch einen Stopp gespielt und den habe ich leider an die Netzkante gelegt, den Gegenstopp. Aber im Endeffekt bin ich zufrieden mit meinem Match, es hätte auch 10-8 für mich ausgehen können, aber sie hat dann auch gut gespielt. Das Highlight des Spieltages bleibt dennoch die Partie der zwei Top-Gesetzten, Aljona Beuzeva und Laura Siegemund. Für Siegemund, die letzte Woche noch bei den French Open am Start war, ist es das erste Bundesliga-Match der Saison. Neben ihren stark platzierten Bällen profitiert sie auch immer wieder von den unerzwungenen Fehlern Beuzevas und kann das Match schließlich mit 6 zu 2 und 6 zu 3 für sich entscheiden. Ja, ich war sehr zufrieden, also ich habe versucht heute gleich am Anfang dieses Match zu dominieren und ich glaube ich habe sehr solide angefangen und bin insgesamt sehr zufrieden mit meiner Leistung. Nach dem 0 zu 6 in den Einzelnen geht es für die Berlinerinnen zwar nur noch um ein versöhnliches Ende, dennoch bleiben sie ehrgeizig. Und auch wenn nur Anna Klaassen und Aljona Beuzeva ihr Doppelmatch für sich entscheiden können, beweisen die Blau-Weißen, was in ihnen steckt. Denn der Ballwechsel des Tages stammt von Tiziana Maria Schomburg und Andrea Amaya-Roska gegen Stefanie Wagner und Katharina Gerlach. Insgesamt 25 Mal wandert der Ball übers Netz, bevor Blau-Weiß den Punkt für sich entscheidet. Ein Moment, der Hoffnung macht, doch geht auch dieses Match leider im entscheidenden Tiebreak verloren. Hier noch einmal alle Ergebnisse im Überblick. 1 zu 8 der Endstand des Spieltages und zwei Punkte für den Titelverteidiger. Doch jetzt heißt es erst einmal durchatmen, denn die letzten zwei Spiele der Saison finden nach einer fünfwöchigen Pause statt. Dann geht es im Juli weiter, da sind die letzten zwei Abschlussspiele. Einmal auswärts in Dresden und einmal heim, dann gegen Veyhing spielen wir dort. Dann sollen natürlich auch wieder zwei Punkte her und am besten der dritte Saisonsieg. Am wichtigsten ist es aber, die Klasse zu halten und auch wenn es heute nicht für den Sieg gereicht hat, dann haben die Mädels auf jeden Fall die richtige Einstellung und den Ehrgeiz bewiesen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.